Du hast ständig kalte Hände oder vielleicht sogar kalte Finger? Das kann viele Gründe haben und sogar eine Krankheit kann eine Ursache dafür sein. Doch was sollten wir tun, wenn wir schnell unter blauen Fingern leiden? Denn kalte Finger, das muss nicht unbedingt sein. Für mich persönlich, aber vielleicht auch für dich, heißt Winter auch immer wieder, naja, frieren. Vor allem Hände und Füße sind so Klassiker. Bei den Händen ist es für uns Bergsportler aber besonders schwierig. Will man möglichst warm angezogen sein, dann heißt das auch, dass man dicke Hände hat. Nichts mehr angreifen kann, also genau wie wenn man das eben wie beim Skifahren machen würde. Doch wir Bergsteiger können uns das ja eigentlich oftmals nicht leisten. Egal ob wir jetzt vielleicht Eisgeräte oder Trackingstöcke oder sonst irgendwas halten müssen. Jetzt schauen wir uns einfach mal kurz die Grundidee hinter einem sinnvollen Handschuhaufbau an. Ziel sollte es sein, dass wir wie bei der Oberbekleidung auch gegen Wetter, also Wind und Wasser, und gleichzeitig gegen die Temperatur geschützt sind. Nun kann man natürlich einfach Skihandschuhe nehmen, aber eben mit dem Nachteil, dass sie sehr unhandlich sind. Außerdem sind sie All-in-One-Lösungen. Heißt, ist es sonnig und windstill, aber kalt, ist die Membran- und Schellkonstruktion außen komplett unnötig. Umgekehrt ist es super warm, aber es schüttet, dann bringt mir die ganze Wartierung eben überhaupt nichts. Es ist also wirklich wie am Oberkörper. Deshalb brauchen wir dafür eine Lösung. Und die lautet, ihr braucht drei Paar Handschuhe. Und zwar fürs Bergsteigen, nicht fürs Skifahren. Wenn ihr diese drei Paar Handschuhe habt, dann seid ihr für eigentlich fast jede Situation immer überall in den heimischen Alpen gewappnet und habt ein deutlich geringeres Risiko für kalte Finger. Die erste Schicht ist der Base Layer. Das ist das erste Paar Handschuhe, das ihr definitiv braucht. Die Handschuhe können aus Wolle bestehen, sie können auch aus Polyester bestehen, also halt Fleece. Das ist im Prinzip egal, Fleece ist ein bisschen billiger. Wolle ist in der Regel ein bisschen wärmeeffizienter auf das gleiche Gewicht, auf die gleiche Materialstärke. Das heißt, Wollhandschuhe sind in der Regel ein bisschen dünner als die Fleece-Handschuhe, wenn sie gleich warm sein sollen. Zu den Dingern gibt es nicht sehr viel zu sagen, sie sind aber super wichtig, denn sie schützen erstmal vor niedrigen Temperaturen bis zu einem gewissen Punkt, sind super dünn, wiegen vielleicht 20 Gramm klein einzupacken, kann also niemals schaden, die dabei zu haben. Und wenn es richtig schönes Wetter hat, aber eben sehr kalt ist, sind die manchmal eine sehr gute Lösung und reichen vielleicht sogar schon aus, gerade wenn man sich eh schon anstrengt. Die zweiten Handschuhe, die ihr auf jeden Fall braucht, sind egal welche Shell-Materialien. Irgendwas, was vielleicht im Idealfall innen auch noch Leder oder Kunstleder hat, damit man ein bisschen eine Abriebfestigkeit garantiert hat. Außen Softshell-Material, damit es wasserabweisend ist, nicht komplett wasserdicht, das ist mir klar, dafür braucht man andere Materialien. Aber was man abweisen, reicht in der Regel ja schon, gerade bei den tiefen Temperaturen, gerade wenn es schneit oder wenn man mit Schnee zu tun hat. Der große Vorteil davon ist, sie sind komplett windabweisend, sie sind trotzdem immer noch robust. Marke, egal, ich bin grundsätzlich ein großer Freund von den Simon Sprint, sind super günstig, aber tun ihren Zweck vollkommen. Wichtig ist bei denen gerade immer die Passform, das heißt, schlüpft auf jeden Fall immer einmal rein. Dann seht ihr, ob sie euch perfekt passen oder nicht. Es sollte eben der Base Layer, also die Merino-Handschuhe, drunter noch gut passen und ihr solltet immer noch ein gutes Gefühl für alles haben, was ihr damit eben machen wollt. Egal, ob das jetzt einfach nur ein Pickel in der Hand haben oder einfach nur Stöcke in der Hand haben, aber vielleicht auch was Anspruchsvolleres, wie mit einem Seil sichern können. Das alles muss mit denen möglich sein, das heißt, sie sollten nicht extrem groß sein, sondern immer noch in einer relativ sportlichen Größe. Die Dinger sind ebenfalls nicht extrem dick. In Kombination mit einer vernünftigen Base Layer Schicht, wie beispielsweise Merino-Handschuhen, sind sie aber absolut ausreichend für klassische Hochtouren-Einsätze, selbst im Winter. Handschuhe, die ihr definitiv auch immer braucht, sind All-in-One-Lösungen, auch wenn ich sie vielleicht vermeintlich ein bisschen verteufelt habe im Video. Aber eigentlich sind sie ganz praktisch als Ersatzhandschuhe, als Was-wäre-wenn-Handschuhe, als Worst-Case-Handschuhe. Das muss nicht immer von Reusch sein, das können auch irgendwelche Decathlon-Eigendinger sein. Es geht im Prinzip nur darum, wir brauchen irgendeine Hardschell-Oberfläche, vielleicht auch irgendwie ein bisschen Kunstleder auf der Innenseite, damit es auch ein bisschen robuster ist. Aber im Prinzip geht es nur darum, wenn ich meinen Handschuh verliere, egal welchen davon, dann brauche ich irgendeine Notlösung und dafür bräuchte man irgendwelche Ersatzhandschuhe. Am besten können diese Ersatzhandschuhe beides, also isolieren, weil sie innen eben ein Futter haben und trotzdem Wasser- und Windabweisend sein. Die Kombination hilft euch dabei, dass ihr im Worst-Case vor allen Einflüssen geschützt seid und trotzdem noch sicher ins Tal kommt. Hier sind All-in-One-Lösungen auch definitiv, ich sag jetzt mal, legitimer, weil sie schließlich vor allen Einflüssen so gut es geht schützen sollten und ja nur für den Fall der Fälle dabei sind und nicht als klassische Lösung. Und wenn es euch wirklich trotzdem zu kalt ist oder euch irgendwie die Isolationsschicht doch nass wird oder vielleicht bei der Abfahrt noch mehr Wind geht oder sonst irgendwas ist, dann könnt ihr ja immer noch die auspacken und über die Merino-Layer beispielsweise drüber anziehen. Ist ja ebenfalls kein Problem. Also das Wichtigste ist und bleibt, dass man jede Handschuhschicht so nutzt, wie sie auch Sinn macht. Gerade im Winter sind alle Materialien, die Feuchtigkeit aufnehmen, so gut es geht zu schützen. Hohe Luftfeuchtigkeit, ein griffenden Schnee oder halt auch Niederschlag können die komplette Isolation vernichten und einen dadurch auskühlen. Nun noch zu einer Frage, die sehr vielen wichtig ist. Der Preis. Was kostet ein Handschuh-Setup? An dieser Stelle jetzt meine persönliche Erfahrung. In den letzten Jahren habe ich für mich gelernt, dass teuer kein Indikator für gut ist. Das gilt generell im Leben, aber bei Handschuhen ist es mir am stärksten aufgefallen. Diese Black Diamond hier waren zwei Jahre in Verwendung. Sie sind an allen Nahtstellen mittlerweile aufgerissen. Sie sind faktisch kaputt. Sie sehen aus, als hätte ich sie tagelang mit einem Eisgerät bearbeitet. Dabei habe ich sie ganz normal genutzt und war sogar ziemlich unsichtig. Diese Simon-Handschuhe hier haben eine ähnliche Karriere hinter sich und sehen einwandfrei aus. Quasi wie neu. Gekostet haben sie die Hälfte. Auch bei den Merino-Handschuhen als Unterzieher habe ich qualvoll gelernt, was mögliche Probleme sind. Merino-Layer sind natürlich super warm, gerade unter einem robusten Lederhandschuh. Aber 96% Merino-Anteil, so cool das auch ist, wie die 200er von Icebreaker, gehen eben in kürzester Zeit kaputt. Die Merino-Fasern sind nun mal zu gebrechlich, um langlebig ohne eine Faser in Kombination zu funktionieren. Je höher der Merino-Anteil, umso schneller gehen sie meiner Meinung nach kaputt. Aber je niedriger der Anteil, umso schlechter ist natürlich auch die Isolationsfähigkeit. Das heißt, man muss irgendwie ein Mittelding finden. Ich bin mittlerweile mit den Forklar MT500 von Decathlon sehr zufrieden. 85% Merino halten mittlerweile schon die zweite Saison intensiver Nutzung ohne ein einziges Loch. Mehr kann ich mir persönlich nicht wünschen. Und für die Notfall-Handschuhe gilt meiner Meinung nach, sie müssen nicht von Reusch oder Louis Vuitton sein. Denn technisch gesehen tun es auch hier diese Decathlon-Lösungen, die deutlich, deutlich günstiger sind. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unfassbar gefährlich es ist, keine Ersatz-Handschuhe im Winter dabei zu haben. Ich weiß nicht, wie ich das am besten betonen soll, aber ich muss es jetzt in irgendeiner Weise dramatisch ausdrücken. Denn egal welchen Menschen ich in meinem Umfeld frage, im Winter hat jeder ein paar Handschuhe an, dünne Handschuhe, vielleicht dicke Handschuhe drüber oder nur ein paar Handschuhe an. Und in seinem Rucksack befindet sich nichts, keine weiteren Handschuhe. Ich verstehe ja auch den Grundgedanken. Ich habe sie ja an. Wozu soll ich noch welche mitnehmen? Ist alles okay. Aber wir müssen, und das ist meine grundsätzliche Meinung zum Bergsteigen, ein bisschen weiterdenken. An die Situation denken, was ist eigentlich, wenn irgendwas schief geht. Das kann ja mal passieren, dass man bei 50, 60, 70, 80 kmh Wind am Gipfel seinen Handschuh verliert. Was ist die Alternative? Es braucht dann irgendeine Lösung für diese Situation, denn ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell ihr bei niedrigen Temperaturen, und dafür braucht man keine kalten Finger haben wie ich, sondern da reicht es, wenn man ganz normale Finger und Hände hat, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell euch ein Finger fehlt. Ich möchte das nochmal in aller Deutlichkeit betonen. Kümmert euch im Winter, egal ob ihr Skitouren geht oder Schneeschuhtouren, es ist vollkommen egal. Wenn ihr euch gewissen niedrigen Temperaturen aussetzt, egal ob durch Windchill bedingt oder durch reine Lufttemperatur, achtet auf Ersatzhandschuhe. Wenn ihr 1500 Höhenmeter mit Schneeschuhen beispielsweise zurückgelegt habt und oben am Gipfel euren Handschuh verliert, dann kann es sein, dass ihr nicht mit allen Fingern lebend, also die Finger leben, nach unten zurückkommt. Seid euch dieser Situation bewusst, denn ein, zwei Stunden bei minus 15 Grad gefühlte Lufttemperatur ohne einen Handschuh kann euch einen Finger kosten. Warum sollte man dieses Risiko eingehen, wenn man einfach einen Ersatzhandschuh, wie vorhin angesprochen, irgendeinen dünnen Skihandschuh, der nicht viel wiegt, der kein großes Packmaß hat, der nicht viel Geld kostet, einfach einpacken, um im Worst-Case-Szenario immer noch die Flexibilität zu haben, darauf irgendwie zu reagieren. Ich kann es wirklich nur betonen, besorgt euch Ersatzhandschuhe, die möglichst viele Bedingungen abdenken, um eure Finger zu retten oder zumindest nicht zu riskieren, einen zu verlieren. Weiter geht's. Ein kleiner Punkt noch zum Thema Skihandschuhe. Wie schon angesprochen, sie sind halt unhandlich. Aber das ist nicht ihr einziges Problem. Wenn man nur Skihandschuhe beispielsweise auf Skitour dabei hat, dann wird die Isolation innen nass, weil man im Aufstieg vielleicht eben schwitzt. Nasse Isolation ist fast wertlos, vor allem in der Kälte. Und auch die beste Membran der Skihandschuhe kann nur bis zu einem gewissen Punkt unterstützen. Dadurch ist dann die Wärme der Handschuhe in der Abfahrt aber ebenfalls, naja, schlechter. Diese All-in-One-Lösungen sind definitiv eine gute Notfalllösung, beziehungsweise eben als Ersatzhandschuhe sehr gut. Aber für das klassische Bergsteigen im Winter, egal wie und was man macht, sind sie einfach eine sehr gewagte Lösung. Okay, ich denke mal, das Thema Handschuhe ist recht deutlich geworden. Und ich hoffe, ihr konntet euch daraus auch was mitnehmen. Falls ja, dann vergesst bitte nicht, das Video zu bewerten. Und vielleicht schreibt ihr mir auch mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das im Winter so mit den Handschuhen löst. Auf geht's. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.